Weißt du wieder warum ich keine Kisten aufgemacht hab, Obo? Warum? Weil nix bei rumkomm'n! Ja nur gute Sachen gezogen, ist gar nicht was du weißt. Was kann man euch als erstes ausrüsten sollen? So gut sind die Sachen. Da war das Massaker, Alter. So ne Ratte, Alter. B nix bis jetzt. Das klingt nach ner B-Klatsche. Könnt sein, dass die warten. A nix bis jetzt. Die machen langsam, einfach auf den Positionen bleiben. Obo, ich bin auch oben bei dir, gell? Ja, schön. dies war einer schön weg schön weg letzter b wasser drauf drauf kommt kommt schon ab drauf alter die scheiß p90 alle eine wasser der smoke mag einer einer lange jetzt monster schön der letzte letzte geht zusammen geht zusammen macht sicher schön auch ob es mussten mit den clown hat ich will angeleift alle eine nach der maus stehrette ich mich so weg alle ich weiß schweine im kopf 68 in drei dürfte es nicht vergönnt den kill zu machen doch du hast nicht ja ich habe schon gedacht kein kill und dann noch so ein schweiner in meinen tag legen ja ich habe ich habe angefangen zu brief aber ich dachte er läuft in meine richtung aber jetzt bist du mal auf meinem niveau angekommen ja mit einem kill so traurig ja du bist auch ding alle besser als ich ich fühle mich so ich muss mein game mal absteppen warum kriegt kein geld zusammen ja weil ich nichts mache ich ja unglaublich man ich sterbe nicht mal und habe kaum geld mit granaten zu kaufen weil ich einfach so nützlos bin hat das so nützlos war ich glaube nicht ich bin hinter dir ja schaut kann was sein oder wasser das war dummer ein gedanke der kämpft auch die ganze zeit da nein das war ein 70 unten ich gelang durch musste bin ich ich gehe richtung short jetzt ich bin auch short soll ich da reinflaschen ich gehe die war scheiße schön letzte unbekannt oben rennt richtung oben glaube ich der rennt richtung a treppe hoch der ist jetzt wieder runter der die ratte alter geht richtung b jubb drauf kann schon fest wenn er plantet geht wasser ist jetzt bereits hinten krascher ja dildo weg geschehen defusen nein ich habe nur noch die 9 hp ich kann nicht runter springen du kannst springen muss nur um wasser landen dann stürfst du nicht ich bin der arme schluck schlupf dahinten der nicht mal gescheite hosen und handschuhe hat hast du überhaupt ein kevlar uhr ja so arm bin ich dann auch wieder nicht da sitzt immer gerne immer da im sandbags was ist dein name nein habe ich jetzt abgekämt ich gucke lang die sind alle da unten drin alle krasse brennt alle ab wo ist er da hinten hallo ich wollte dich abschießen richtig wichtig wir halten es schon und wir können auch den retag da nicht weil wir so kalt gelaufen sind 18 15 13 33 aber komplett wir beide einfach so raus die kommen halt b aber wir kriegen sie trotzdem nicht tot da ist einer die kam gegen geboostet und ich habe ein durch die wand ich habe durch die wand alle wichskrüppel ja mann ohne witz ja gegen pushen flash team flash alle ich bin blind halt ich hole den kriss ich lege die m4 kann ich mich wenigstens einmal revanchieren gz dafür dass sie mich revanchieren kann dass ich mal eine runde gerafft habe die kommen b wir holen safe call alle die faken vielleicht b alle meiste damage krieg von krasse die haben schon zwei bots das sind unsere kills jetzt safe kills wir holen uns die bots die im t-spawn geparkt sind alle bist schnelleren weg gegangen oder was vor mir zu sein wie habe ich beide bekommen ich habe eingekriegt was ist da los mann du hast wahrscheinlich versucht zu sprayen und das ist also total versprayt ja ich habe auch keine ahnung warum geht es jetzt weiter ach so ich habe schon gedacht es wäre gg ja ja gg lang Ja, ja, gehen lang.